Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Trouble in Mineville ähm eigentlich wollte ich nicht aufnehmen sondern Just for Fun spielen aber ich habe gesehen dass Cabin in the Woods rausgekommen ist keine Ahnung das war anscheinend eine neue Map und deswegen ähm hab ich mir so gedacht wir sollen das nicht auf und ähm ja deswegen ich bin mal gespannt wie die ist ähm und ja ich bin da ja ganz gespannt also äh ja zu Trouble in Mineville ich hab die erste Folge wurde noch gar nicht hochgeladen hab ich das aufgenommen quasi ich nehme das ist gerade auf und ein paar Minuten schalte ich erst die erste Folge weil deswegen kann ich euch noch nicht so Feedback geben wie es euch gefällt also ich denke dass ich vielleicht mal heute einen Traitor Pass mal benutze und jo deswegen ich bin mal sehr gespannt ich bin recht früh gejoinnt also ich habe glaube ich keine Angst davor dass ich geklickt werde ich hoffe es mal weil ähm ich hab da recht schnell geklickt manchmal ist es ja blöd dann der da quasi man aktualisiert und genau dann ist 0 quasi man hat einen perfekten Moment aber es leckt ein bisschen und dann steht dann die ganze Zeit Logging in und dann ähm you can't join das ist dann echt scheiße so also ich hab die Aufnahme recht ruhig gestalten und schon geht es los ähm ja ich habe keine Ahnung von der Map und ähm deswegen Momentan sieht die Map auch scheiße aus hört sich so hart an ist aber so what the fuck ist das hier Kisten da 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 ist ein Eingang ich sehe doch keinen Namen vielleicht war da noch niemand ähm bitte lass mich eine Kiste finden nein 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 da kommt jemand hinterher scheiß ich habe aufgerät zu spüren der Ente ist schon jemand das sind so ein Berg unten gut für Traitor eigentlich Mann da 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 selbst schrägte so 42 Paar ist es letztlich probiert einfach mal hier ich habe der Tester scheiße war schnell weg davon um okay das war nicht hat hoch ist es ist es bitte von Bogen 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 Volker G ist irgendwie dumm der Junge na komm na komm what the heck ich kann die Kiste nicht nehmen what the fuck ich gehe mal lieber weg vom Detective hier aber die Mine ist echt praktisch um heimlich Leute zu killen also wenn ich jetzt da reinfalle da den da hole ich mir der da reingegangen ist den kann ich mir holen scheiß ich kann keine Creeper-File holen Mensch okay scheint eine recht interessante Map zu sein momentan finde ich es aber gott und schlecht also unten das Minensystem ist noch was anderes aber oben das sah ja komplett hässlich aus die Berge guckt euch die mal an das kann man auch keinem normalen Menschen zumuten so zumindest kann man hier die Falltür noch öffnen ja das ist eine spannende Runde bis jetzt da na komm stirb das hasse ich jetzt da ich keinen Pfeil und Bogen habe und der hat wahrscheinlich auch keins na komm verreck Ghost Fix nein manu ja Schwert bitte what the heck jetzt schieß nicht an feilen Bogen ab ich will nicht mehr Mami what the heck da hier nimm das Schwert da das sind noch andere Traitor ich denke hier bin ich dann erstmal kurz sicher aber Pfeil und Bogen bräuchte ich dringend Creeper Pfeile Bow Bow traurig gucken thanks ha der schickt mir seine Sachen geil dankeschön du bist sozial social 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 blade das schlechteste Netzwerk überhaupt mein Scherz Netzwerke kann man wenig sagen immer weil man kann eigentlich nur äh aus da verreck der leckt ich lasse es lieber nein sag jetzt nicht der Server ist down ich will meinen Traitor Pass zurück leck manu leck ghost fix manu das bewegt sich gar nichts manu das können wir ich laufe einfach mal rum da kann ich so lange die Map mal zeigen also ähm ja ich glaube hierzu muss man doch nichts sagen guckt euch das doch an Gott ist das hässlich Mann und so spielen Millionen Leute ja okay Millionen nicht aber Tausende guck mal vergleich mal die Berge mit der Berge von Age of Minecraft das ist ein dumm Unterschied also wie gesagt die Map ist wirklich nicht schön geworden ja ja ghost fix so ist bewegt sich wieder gut dann ähm breche auch nicht die Aufnahme ab ich kann Deutsch cool hätte ich jetzt nicht gedacht dass auf meinem EU-Server Deutsche sind dafür leckst du doll ja da sind zwei Traitor und wieso killen die sich nicht ich will den killen na komm naa still den Kill spaßt okay die war ziemlich gewastet die Pfeile aber ist okay nein 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 nicht da nein 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 explodieren nicht gut brav bleibt einfach stehen und wenn Innocent kommt explodieren neben den und bringen ihn sofort um das ist brav das ist brav das ist brav das brav das brav das brav so guck mal kurz den Detektiv weggesneakt da nein nein ich hab nen Sprintback fuck oh gut das ist nicht scheiße was soll das ich hasse den Sprintback über alles weil man so ruckelnd vorangeht scheiße ich hätte so gerne Creeper Pfeile jetzt warte mal ich guck mal schnell ach scheiße ich kann nicht F5 drücken beim Laufen Schlesch B1 nein oh scheiße war das knapp check mal auch Creeper Pfeile die sind aber freundlich heute alle ich nehm die auch herzenslich entgegen ja wie viele leben noch ich denke jetzt nicht mehr so viele Buch weg ähm ja mal gucken ein bisschen ausscheinend wie gesagt die Map finde ich sehr suboptimal gewählt für mich ist wie gesagt immer noch Clockwork Island ihr Lieblings wollt auch die nächste Aufnahme auf Clockwork Island machen aber ich denke weil es eine neue Map ist lohnt sich da auf jeden Fall mal Old Tester wenn man das natürlich schreibt genau ich geh jetzt mal Tester mal ein paar Creeper Pfeile reinhauen und dann sind alle zufrieden alle wirklich Alter leck Mann das hasse ich dass ich den jetzt nicht hauen konnte Ghost Fix there you go gut Nein 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 greif nicht den Traitern bitte greif nicht den Traitern Nein ich verliere oh weißes Traitern wer hätte es gedacht nein Mann wieso steht da nur da auf gar rum da mein Skill wurde jetzt habe ich puh das ist knapp das ist knapp na komm weiß weiß aimbot hier wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch genug hoffe ich da du hättest nicht zu mir laufen sollen scheiße da schleicht er sich von hinten oh wie schlecht 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 wieder Treffer ja Mann das war ja pures only also nach dem Leck und so die Map ist wie gesagt die Minion Idee ist nice aber wie gesagt da die Map oben kann man deutlich verbessern und ich hoffe euch hat die Folge mal gefallen macht wie gesagt Map Vorschläge unten rein und bis zum nächsten Mal Tschau Leute